Sie schiebt etwas auf die lange Bank. Der Fachausdoktor dafür ist, dilatorische Politik auf die lange Bank schieben. Man schindet Zeit und die Zeit gibt einem die Möglichkeit, doch noch zu einem soliden Kompromiss zu kommen. Also scheinbar unvereinbare Interessen dann am Ende doch noch zu einem Kompromiss zu finden, mit dem dann vielleicht alle unzufrieden sind, aber auch alle leben können. Das ist die übliche Form von freiheitlicher Politik, die den Menschen Spielräume lässt. Gleichzeitig ist, und das ist eigentlich eine Entwicklung, die seit den 90er Jahren zugenommen hat, Politik immer kurzlebiger. Das bedeutet, sie schaut, ähnlich wie es große Unternehmen mit ihren Quartalsbilanzen tun, auf demoskopische Umfragen, auf den nächsten Wahltermin. Plötzlich wird eine vollständig unbedeutende Kommunalwahl in einem Bundesland zur Testwahl für Berlin hochgestilisiert. Und so gesehen ist die Politik auf der einen Seite damit beschäftigt, Dinge in die Länge zu ziehen, um handlungsfähig zu werden. Und auf der anderen Seite ausgerichtet an den Ausschlägen, ganz kurzfristigen Ausschlägen von demoskopischen Umfragen, Wahlen, Talkshow-Bewertungen, Fernsehduellen und dergleichen mehr. Und in diesem Widerspruch kann sie nicht länger bleiben. Denn die Zeit, in der wir bestimmte Gefährdungen des Erdsystems, und ich nenne hier nur exemplarisch, es ist keineswegs die einzige, den Klimawandel, das Zeitfenster, in dem wir uns mit diesem noch sinnvoll beschäftigen können, sind nicht mehr als zehn Jahre. Das bedeutet, Politik muss lernen, im Futur zwei zu denken. Sie muss nicht in die Zukunft planen und sagen, Wachstum kommt schon wieder, Krisenmanagement wird dazu führen, dass Wachstum wieder losgeht, so ähnlich wie nach der Wirtschaftskrise, die angeblich 2008 ausgebrochen und 2010 zu Ende war. Die Krise ist ja keineswegs beendet. Sondern sie muss sich einstellen auf ein Denken, was müssen wir heute im Jahre 2011 getan haben werden, damit wir im Jahre 2020 oder 2030 bestimmte negative Entwicklungen des Klimawandels, auch gefährliche Entwicklungen, Tipping-Points, Kipppunkte des Erdsystems vermeiden. Darauf ist Politik nicht im Mindesten eingestellt. In diesen Zeittakten, die ich beschrieben habe, einerseits auf die lange Bank schieben, zum Kompromisse suchen, auf der anderen Seite Orientierung an der nächsten Wahl, an der nächsten Umfrage. Das bedeutet, Politik muss einen anderen Zeittakt finden. Sie muss klare Ansagen machen. Wir müssen weg von diesem moderierenden Staat, der allen wohl und niemandem weh will. Schönes Beispiel, Energiekompromiss, wo man in die erneuerbaren Energien einsteigt, aber gleichzeitig Atomenergie verlängert und gleichzeitig Kohleenergie irgendwie über die Runden bringen will. Nein, es muss eine klare Ansage sein, die ist auch ökonomisch vernünftig, dass man jetzt sofort massiv mit Upfront-Investments, die beachtlich sind, für die ein Staat auch viel Energie und Finanzen rekrutieren muss, einsteigt und die anderen Sachen auslaufen lässt. Und zwar so schnell wie möglich. Das machen wir jetzt sowieso unter dem Eindruck einer Katastrophe. Rational wäre es bereits früher gewesen. Mit Wutbürgern kann ich keine Politik machen. Mit Leuten, die nur wütend und empört sind und sagen, wir haben jetzt die Schnauze voll. Obwohl ich das sehr gut verstehen kann an vielen Stellen. Stuttgart 21 war dafür ein Beispiel, wo man auch wirklich mal auf den Tisch gehauen hat und ich das gut verstehen kann. Aber mit solchen Wutbürgern allein kann man die Aufgaben, vor denen wir jetzt stehen, und wir denken mal über Fukushima hinaus, wir denken mal auf die Energiewende der nächsten 10, 15, 20 Jahre, da brauche ich Mutbürger, die Verantwortung übernehmen und die die Aufgaben dann auch zu ihren eigenen machen und das nicht, wie das bisher üblich ist, an den Staat, an die da oben und an die Politik delegieren, um dann hinterher nur wieder völlig enttäuscht zu sein, was die alles wieder nicht gemacht haben. Wie kommen wir dahin, dass wir einen globalen Konsens haben und dann die entsprechenden Instrumente und Mechanismen weltweit auch haben, die dazu führen, dass wir diesen Konsens auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Also dass wir tatsächlich bei unter 2 Grad oder sagen wir mal bei 2,5 Grad auch landen werden. Das ist eher das Paradox. Schauen Sie, wir hatten in der Ära des Kalten Krieges zwei scharf antagonistische sich gegenüberstehende Blöcke. Die haben gesagt, wir verstehen uns überhaupt nicht, weder ideologisch noch politisch, und wir sind in einem potenziellen militärischen Konflikt. Und unterhalb dieser Ebene haben wir perfekte Mechanismen des UNO-Systems, der friedlichen Koexistenz der beiden Blockführer, des Welthandelssystems, des Weltfinanzsystems gehabt, die den friedlichen Konsens tatsächlich hergestellt haben. Also auf der Konsensebene hatten wir scharfen Dissens oder auf der normativen Ebene hatten wir scharfen Dissens und auf der instrumentellen Ebene der tatsächlichen Politik hatten wir Konsens. Hatten wir Instrumente gefunden, um tatsächlich auch Ergebnisse. Heute sind wir in der umgekehrten Situation, wir haben einen hochgradigen Konsens. Das sollte man alles machen, das stimmt auch China und Brasilien zu. Aber dann bei der Implementierung schaffen wir es nicht, einen entsprechenden Weltklimavertrag zu machen, einen entsprechenden Budget, Budgetierung von CO2 zu versuchen, einen CO2-Preis tatsächlich zu benennen. Und das hängt damit zusammen, dass wir alle noch viel zu stark in unseren nationalstaatlichen engen Containern denken. Also man glaubt immer noch, nicht nur in Oberschwaben und Brandenburg, dass man das Problem national lösen könnte. Wir haben sogar eine Renationalisierung der Europäischen Union. Das ist ein perfektes Instrument, um Dinge supranational zu lösen, die wirklich grenzüberschreitend sind. Aber sogar da fallen wir in altes nationalstaatliches Denken zurück. Und das hängt mit der hochgradigen Verunsicherung von Menschen, aber auch von politischen Eliten zusammen, die da sich nicht trauen, den Weg, den man eingeschlagen hat, in Richtung Supranationalität, postnationales Denken, global zu denken und lokal zu handeln in diesem Sinne. Da müssen wir uns einfach wieder anstrengen, Kooperationsinstrumente zu finden. Und ich habe kein Patentrezept dafür. Das müssen wir ausprobieren. Es gibt eine große Zahl von Nichtregierungsorganisationen weltweit, die das sehr schön vorexerzieren, wie man globale Kooperation auf Basis eines normativen Konsenses bei durchaus unterschiedlichen Interessen organisieren kann. Was wir beobachten mit den Menschen in einem Atomkraftwerk in Fukushima, wo dann tatsächlich Menschen mit Taschenlampen und Kerzen hingehen und eine solche Katastrophe sozusagen zu beheben versuchen oder das Schlimmste zu verhindern, nichts anderes dürfen wir uns vorstellen bei denen, die die Finanzkrise verursacht haben. Auch die sind mit Taschenlampen und haben sozusagen mit den Fingern wieder angefangen zu zählen, wie viel ist eigentlich eins und eins, weil sie die Kontrolle über das, was sie als Weltfinanzsystem Nobelpreis gekrönt geschaffen haben, weil sie die vollständig verloren. Es ist eine Illusion, dass Menschen solche Systeme überhaupt beherrschen können, es sei denn, sie würden sich für Götter erklären, denen einfach keine Fehler unterlaufen. Wir sehen, es unterlaufen Fehler, es sind manchmal die blödesten Zufälle und Missgeschicke, die eine Riesenkatastrophe auslesen können. Und wir brauchen mit anderen Worten ein Finanzsystem, was im klassischen Sinne des Bankers, der in der Renaissance der italienischen Städte entstanden ist, sinnvolle Ingenieursideen, unternehmerische Ideen finanziert, mehr nicht. Und es ist vollkommen falsches Verständnis der Wirtschaft, dass man gewissermaßen die sogenannte Realökonomie, dieser Virtualökonomie des Finanzkapitalismus unterordnet. Das sind Dinge, die nicht nur Marxisten schon immer als völlig in die falsche Richtung gehend kritisiert haben. Und es ist keinerlei Konsequenz daraus gezogen worden. Im Gegenteil höre ich von morgens bis abends dieselben Banker, die mir bis 2008 erklärt haben, es läuft alles super und dieselben Wirtschaftswissenschaftler, die dazu ihren Senf gegeben haben, die höre ich heute noch, die mir erklären, wie es zur Krise gekommen ist. Die sind jetzt heute hinterher klüger geworden. Wir müssen in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in der Ausbildung von Managern, müssen wir komplett umstellen und tatsächlich uns mal wieder auf die Dinge konzentrieren, die im Sinne der Herstellung von Gebrauchswerten für eine lebenswerte Welt wirklich von Bedeutung sind. Was ist die Zukunft der Wirtschaftswissenschaftler? Die grüne Bewegung, und das ist jetzt keine parteipolitische Propaganda, was ich mache, ich bin gar kein Grüner, die drückt den Wertewandel aus, der seit den 60er Jahren bereits im Gange ist, wo man nicht nur in den superreichen Gesellschaften, sondern oft auch in Gesellschaften wie Bhutan, einem Himalaya-Staat oder einem Schwellenland wie Brasilien, wo man alle denken, ja, die wollen jetzt erstmal alles nachholen und genauso haben wie wir, dass auch in solchen Ländern die Wertpräferenzen sich völlig umgedreht haben, also nicht materieller Wohlstand und Wachstum an erster Stelle ist, sondern tatsächlich subjektive Lebenszufriedenheit und das Glück mit den Leuten, die man kennt. Und das ist kein verpöhnter Ausdruck mehr, Glück in dem Zusammenhang zu sagen. Das ist eine Sehnsucht von Menschen, die in völlig entfremdeten Arbeitsverhältnissen leben und permanent unter sogenannten Sachzwängen zu leiden haben. Und hier gibt es tatsächlich eine breite Unterstützung dieses Trends. Und während man noch bis in die 90er Jahre, bis in die 10er Jahre hinein gesagt hat, Ökologie und Ökonomie sind sozusagen auf keinen Fall zu versöhnen, sind große Gegner, da clasht es und da kommen wir niemals zu einem Kompromiss. Es ist heute Mainstream geworden, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Regionen der Welt, dass eine ökologische Modernisierung, dass die nicht nur einen anderen Lebensstil, einen pfleglicheren Umgang mit Umwelt, eine nachhaltigere Wirtschaftsweise, auch im Interesse künftiger Generationen ermöglicht, sondern dass die heute Arbeitsplätze schafft, dass die heute eine andere Art von Wachstum, ich würde immer sagen von Entwicklung, begünstigt. Und es gibt einfach zu viele Veto-Spieler in unserer Gesellschaft, die am alten Denken festhalten und sich krampfhaft wehren gegen Innovationen dieser Art. Aber ich glaube, dass sich der Gedanke Bahn bricht, dass tatsächlich wir in der berühmten ökonomisch gesprochen Win-Win-Situation sind, dass wir tatsächlich nachhaltiger leben, ohne damit auf sozusagen ein Entwicklungsniveau zurückzufallen, in dem wir dann wieder arm und unterentwickelt wären. Also im Gegenteil, viele unternehmerische Ideen, die heute im Umlauf sind und die nicht nur im Sinne des Casino-Kapitalismus spekulativ Geld machen, Geld hacken, aus weiteres Geld machen, sondern dass wir heute tatsächlich auch viele unternehmerische Ideen, Ingenieurs-Ideen, neue Erfindungen in diesem Bereich entdecken können. Und ich verstehe nicht, warum in Deutschland nicht längst die Energiewende seit 20 Jahren im Gange ist, weil das ist ein unglaubliches Marktpotenzial. Die Deutschen haben eine unglaubliche Fähigkeit, das, was sie erfunden haben, vom Wankelmotor über den TGW, über die Schnellzüge bis hin zur Magnetschwebebahn, nicht weiterzuentwickeln. Und gerade im Bereich der alternativen Energien, der erneuerbaren Energien, aber auch vieler Technologien, die damit verbunden sind, von der Logistik bis hin zur Chemie, da sind wir im Grunde genommen Weltmarktführer und könnten damit auch in Europa und im Rest der Welt ein Zeichen setzen, dass man, wenn man auf Atomenergie verzichtet, dass wenn man auf weiteres krankhaftes Wachstum, schuldenfinanziertes Wachstum verzichtet, nicht etwa verarmt und sich entindustrialisiert, wie es uns immer angedeutet worden ist, dass man im Gegenteil die kreativen und innovativen Kräfte in diesem Lande lässt. Es gibt eine richtig breite kulturelle Strömung, die über mehr Einfachheit, freiwillige Vereinfachung des Lebens nachdenkt, die den Spruch »Weniger ist mehr« nicht nur so als ein moralisches Zeigefingerchen hat, sondern tatsächlich zur Lebensmaxime gemacht hat. Es gibt ganz viele Menschen, die würden gerne mehr Zeit für sich haben. Es gibt ganz viele Menschen, die würden mehr Zeit für ihre Kinder und ihre Familie haben. Und immer wird so getan, als würde das auf keinen Fall gehen. Wenn Sie sich die Terminkalender, manchmal werden die ja abgebildet von Wirtschaftsmanagern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, lese ich das hier nur wieder, wie ist Ihr Terminkalender diese Woche. Wenn ich mir diese Terminkalender oder die Terminkalender von Wissenschaftsmanagern wie mir oder wenn Sie sich die Terminkalender von Politikern anschauen, da ist einfach 50 Prozent überflüssig. Wenn ich im ICE fahre und höre, wie geredet wird in diesen Abteils über Meetings, die gleich stattfinden oder eben am Tag stattgefunden haben, wie darüber geredet wird, in der Regel in der Weise, dass es völlig überflüssig war, dass man sich diese Reise hätte sparen können, dann weiß man doch, wie viel heiße Luft wir produzieren. Dass also vieles von dem, was wir an Aktivitäten im Berufsleben, aber auch eben leider in der Freizeit produzieren, dass es völlig überflüssig ist. Und insofern wird diese Formel vom Weniger ist Mehr, die ja auch impliziert, dass man weniger Energie verbraucht, dass man nicht unbedingt wachsen muss, um sich entwickeln zu können. Dass man auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eine gewisse Übermobilität, eine gewisse Überernährung, eine gewisse überflüssige Verbrauch von Landschaft, von Natur, von Umwelt, das lässt sich alles umgießen in politische Programme und Projekte, an denen wir dann auch alle unseren Platz finden. Im Sinne eines unternehmerischen Selbst, das eben erklärt, ich möchte eigentlich etwas anderes. Viele Menschen sind in angestellten Tätigkeiten, die sie eigentlich ungern ausführen. Die Verbesserungsvorschläge, die sie machen, verpuffen vollständig in einer von oben kontrollierten Hierarchie oder in einem Beratungswesen, was permanent Umstrukturierung vorschreibt. Also ich glaube, das waren jetzt nur Beispiele dafür, dass wir tatsächlich an einem Punkt angekommen sind, wo ganz viele Menschen einfach genug haben von dieser Art von Lebensstil und tatsächlich nicht nur sozusagen theoretisch sich überlegen, man müsste eigentlich was für den Rest der Welt und für die kommenden Generationen anders machen, sondern mehr und mehr die Chance ergreifen, auch für sich persönlich jetzt etwas anders zu machen und dabei nicht nur die eigene Wellness voranzutreiben, sondern auch tatsächlich das wieder zu verbinden mit gemeinschaftsorientierten Zielen, mit Gemeinsinn, also etwas für andere zu tun, die man sicher frei aussuchen kann.